Musik Frau Dr. Tönnies, zur Zeit ist das Coronavirus auf der ganzen Welt aktiv und es gibt einige kritische Aussagen bezüglich Menschen und Übertragung von Tieren auf Menschen. Was ist die Ursache, dass hier jetzt Dinger durch die Gegend getragen werden, die eigentlich nicht nachvollziehbar sind? Vielen Dank für Ihre Frage. Es ist mir absolut wichtig zu betonen, es gibt keine Gefahr. Keine Gefahr von Tier auf Mensch, Übertragung Corona, sonst könnte ich das so nicht machen. Keine Gefahr von Coronavirus, Übertragung von Mensch auf Tier. Es ist absolut in Ordnung, es kann uns nichts passieren. Leider kursieren da einige andere Informationen, das ist dramatisch. Wir werden ständig gefragt, ob das Virus übertragbar sei. Nein, es ist es nicht. Man kann, wir schauen uns hier die kleine Mia an, die wir gerade operiert haben, die gerade wach geworden ist, total schmusend, es gibt keine Gefahr. Weil Mia ist Corona-positiv. Können Sie es sehen? Da steht Corona-positiv. Corona-Viren gibt es bei der Katze, die sitzen im Darm, sind total harmlos für Menschen. Für Katzen ein echtes Problem, für Menschen total ungefährlich. So, jetzt haben wir bei Katzen nicht nur das Problem, wir haben auch noch das Problem bei Schweinen, bei Hühnern, die niesen nämlich wie wir auch mit ihren Corona-Viren, oder bei Hunden. Und jetzt hole ich mal die kleine Püppi, Püppi, komm mit dir, komm mit mir, die kleine Püppi aus, die kleine Püppi aus. So, Corona-Viren bei Hunden, kein Problem. Wir sind absolut sicher als Mensch, wir kriegen keine Corona-Virus-Infektion von Hunden. Diese Püppi ist Corona-positiv gewesen. Ich halte das mal in die Kamera, kann man sehen. Auch hier, die Infektion ist überhaupt kein Problem für Menschen. Man kann mit diesen kleinen, süßen Wesen, genauso schmusen wie immer, lassen Sie sich keine Angst einjagen, es ist keine Übertragung möglich. Sie können lieber Lotto spielen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie da ein Sechser haben, ist größer, als dass Sie eine Infektion kriegen. Deshalb bitte, keine Aufregung, keine Tierärzte fragen, ob Sie Tiere einschläfern. Eine Klinik wurde gestürmt, weil die Katze Corona-Virus hat. Bevor man es den Leuten erklären konnte, sollte sie schon halb eingeschläfert werden. Natürlich klären wir Tierärzte permanent auf, aber in den normalen Medien wird es leider nicht gebracht. Die meinen, das sei eigentlich wichtig. Ich sage, es ist extrem wichtig. Wir hören ansonsten permanent das Gleiche. Aber keiner sagt, Achtung, Tiere sind keine Gefahr für uns. Bitte Leute, bleibt cool. Und deshalb auch Hände waschen. Wenn man die Tiere angefasst hat, kann man sich darüber steigen. Irgendwie müssen wir unser Immunsystem auch mal etwas stimulieren. Und das kann man durchaus, wenn man Kontakt mit Tieren hat. Ist nämlich im Durchschnitt gesünder. Und letzter Aufruf an die Bundestierärztekammer. Die Bundestierärztekammer sollte solche Informationen mal auf ihrer Homepage stellen. Das würde den Leuten helfen. Vielen Dank.